Gründe zur Unmöglichkeit Weil es ja sowieso nichts bringt. Weil ich mir nicht nochmal die Finger verbrennen will. Weil man nur lachen wird, er versuchte anders zu sein. Weil ich lieber in dieser Ungewissheit verweile, als in die andere Ungewissheit investiere. Warum soll ich etwas tun, was sonst niemand tut? Warum aus der Reihe tanzen? Weil ich ja auf diese Weise auch schon bis hierher gekommen bin. Weil da niemand mehr durchsieht und man sich in der Komplexität verlieren würde. Weil jedes Schlechte vielleicht auch sein Gutes hat. Weil der Sprung ins Ungewisse zu riskant ist. Weil ich dann vielleicht sogar mit Altem brechen müsste. Weil ich zur Reform unwillig bin. Weil ich mir die Chance der Zukunft meiner Vorstellung nicht vermasseln will. Weil es eine Sache des Standpunktes ist und überhaupt, wem soll man denn glauben? Weil die Konsequenzen, die es auslösen würde, zu grundlegend wären. Weil ich mich hier noch eigentlich ziemlich wohlfühle, wie es jetzt ist. Weil das Streben nach größerem, vielleicht nur jugendlicher Idealismus ist. Weil ich das lieber Berufenderen überlasse. Weil man nie weiß, wie einem das schaden könnte. Weil sich die Mühe nicht lohnt. Weil ich eher in der Illusion weiterleben würde, als in die Utopie investiere. Es gibt so viele Gründe, alles beim Alten zu belassen. Und nur einen einzigen, doch endlich etwas zu verändern. Endgültig aufzubrechen. Du spürst den Ruf von Krishnas Flöte. Du spürst den Ruf von Krishnas Flöte.